Fußball ist Volkssport und das Interesse am Spiel mit dem Ball bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist sehr groß. Unter fachlicher Anleitung der Lizenzübungsleiter findet heute wöchentlich ein methodisch-didaktisches Training statt. Übungseinheiten werden vorbereitet und in bekannten Strukturen durchgeführt. Das oberste Ziel war und ist hier Freude am Sport in der Gemeinschaft. Rasse, Religion, Geschlecht und sexuelle Ausrichtung sind für uns nicht wichtig. Der Zusammenhalt wird gestärkt, jeder ist Teil des Ganzen. Im Zuge der Inklusion sind wir seit 2012 aktive Mitglieder des MSV Mörs. Die Caritas-Kickers aus Mörs waren zum Beispiel so eine Mannschaft, die gesehen haben, dass ihr gegnerisches Team nur noch vier Spiele hatte. Und dann haben sie auch ihre Spielerzahl reduziert. Uns hat trotzdem gereicht und nachher steht ein souveräner Erfolg. Und deshalb bedanke ich mich bei euch und eurem Trainer nochmal. Ich bin mittendrin.